Hey, hallo zur heutigen Episode. Ich bin ziemlich aufgeregt, dass wir Content bringen, der euch hilfreich ist. Rauszufinden, was bewegt euch gerade? Ich habe mir Hilfe geholt für die heutige erste Episode und zwar ein guter Freund von mir, der Christoph Deeg. Ja, hier ist wieder Christoph Deeg. Wenn der Kontext nicht passt, dann sollte man es lassen. Das heißt, das muss vorher geklärt werden und nicht einfach irgendeinen Layer draufschmeißen, unbedacht, denn das kostet auf jeden Fall Geld und Mühe. Christoph, vielen Dank dafür und genau darum wird es auch in den weiteren Folgen gehen. Heißt also auch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, hey, wir haben das gesehen, hey, ist das nicht Gamification, schreibt uns, schickt uns eine Videobotschaft. So läuft, so läuft, so läuft das Ganze. Dafür ist dieses Format da. Bis bald.